Ja, was machen wir als nächstes? Ich weiß es nicht. Eigentlich müssten wir jetzt vom Solaris-Tempel irgendwie versuchen. Das ist sogar noch das Layout hier. Den Weg zu finden, der dann da nach da drüben geht. Walking Simulator an. Upec! Ist das der richtige Weg oder nicht? Auf jeden Fall weiß ich auch gar nicht, wo man da hin und was man da macht, da muss man dann... Was ist dann da? Nee, das ist nicht der richtige Weg. Dann ist es da unten. Lasst es mich durch, ich bin Arzt. Oh, 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 oh. Gibt es da lang vielleicht? Ignorier, ignorar. Na, da geht es auch nicht lang. Gibt es da lang vielleicht? Das schaut doch gut aus, oder? Oh, blupeg, blupeg. Oh, 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 oh. Nicht jam, nein, nein, nein. Oh, Wolf Transportation ist ganz schön viel wert. Glaubt man nicht. Im Normalspiel ist es irgendwie nix wert. Aber ja, hier ist alles wert. Gut, dann, weiter geht's. Vollgas den Bach runter. Und dann, dann sind wir da. Auf dem Solaris-Konkurse. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich hier mache. Muss ich hier irgendwas machen? Eigentlich muss ich doch nur zu der Harbor Bridge durchbrechen, oder? Ja, doch, da war irgendwas noch. Kann ich da irgendwas aufnehmen, oder so? Ist irgendwie nicht. Oh, B. Was bist denn du für ein nervösling? Regulus Sons Herald. Ja. Ja. Tota Regulus. Wer erinnert mich an die schlechten Erinnerungen mit der Regulus-Beruf-Ermittlung? Egal. Da ist mein Wegpunkt. Und da sind noch so ein paar rote Fetzen. Und da ist die Harbor Bridge. Und dann bist du da. Bist du durch? Hab ich schon. Ist ja genial. Laufen wir da jetzt entlang. Wo sind die Gegner? Löwen. Goldene Löwen. Da unten so viele. Da muss ich fast mich runterschleichen. Aber die wollen doch nicht sterben. Ordentlich. Warum wollt ihr denn nicht sterben? Ich meine, ihr müsst doch sterben. Das wisst ihr doch. Steht doch so im Vertrag. Tja. Fliegt da der Geist rum. Aber ich hab überhaupt kein Interesse. Ich möchte gerne mit meinen 63 jetzt einfach nur da reinhupfen. Die beiden Johnnies wegkicken. Und dann weitermachen. Im nächsten Akt. Johnnies. Also Wave of Conviction. Und dann nochmal eine Wave of Conviction. Nochmal eine Wave of Conviction. Und dann hier. Schauen wir mal. Ob du nicht. Magst du das oder magst du das nicht? Oh 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 oh. Nicht mir Auer machen. Das macht keinen Sinn. Sei lieb. Sei lieb. Du hast. Deiner ist dicker. Ich seh das schon. Aber wir müssen tatsächlich. Oh no don't. Was machst du? Es ist echt ein bisserl. Ja klar. Die sind natürlich. Sollen natürlich stärker sein als die. Die anderen zwei. Von denen ich als die Steine geholt hab. Aber nichtsdestotrotz ist doch das auffällig. Wir. Einfach die einen waren. Und wie schwer ich mir jetzt hier tu. Mit denen. Hörst du doch auf. Sonst geh ich einmal schnell heulen. Heule Mann und Söhne. Klarissa. Ja weiß ich war da. Die haben dann immer auf mich rumgedingst. Und dann bin ich wieder aufgefüllt. Wave of conviction. Und dann mach ich mal diesen Solaris. Johnny Eternal Sun. Hätte ich dann gerne mal irgendwie. Wave of conviction. Und dann hätte ich halt gern, dass er einfach sagt. Okay ich seh es ein. Achso ich habe überhaupt kein weiches Fire an. Ja. Du. Oh oh oh. Don't do this. Why are you doing this to me? Habt ihr noch keine Wave of conviction verpasst? Deswegen vielleicht. Und dann ist mein Golem auch schon wieder weg. Und ich tänzel um dich rum. Und ich tänzel um dich rum. Und dann. Auf einmal. Bumm. Fälse tot um. Geht die Tür auf. Solaris. Lunaris. Ja. Eclipse. Ich weiß nicht warum ich ihn anglicke. Ich drücke ihn ja dann eh weg. Also es macht überhaupt keinen Sinn was ich hier mache. Aber egal. Blood Aqueduct. Gut. Dann. Holen wir uns den. Wählpunkt. Und dann. Dann überlegen wir uns was wir als nächstes machen. Und dann geht es hier für mich. Und dann chlord CP. Bis zum Beispiel weg. Untertitelung des ZDF, 2020